Der Spöcker-Impuls für heute heißt Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So haben wir uns am Sonntag freudig zugerufen. Was bedeutet das für uns? Jesus ist für unsere Schuld am Karfreitag ans Kreuz gegangen. Und durch Gottes große Liebe und Güte am Ostersonntag vom Tode auferweckt worden und auferstanden. Gott hat durch das Opfer von seinem geliebten Sohn den Weg zu ihm, zurück in die Ewigkeit, freigemacht. Jesus hat schon vor seinem Tod in Johannes 11, Vers 25 gesagt Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Wie schwierig das mit dem Glauben an Jesus ist, haben schon die ersten Christen erfahren. Ich lese aus Hoffnung für alle, Hebräer 10, die Verse 32 bis 39. Erinnert euch nur einmal an die Zeit, kurz nachdem ihr die Wahrheit kennengelernt habt und Christen geworden seid. Damals musstet ihr euch in einem schweren und leidvollen Kampf bewähren. Viele von euch wurden in aller Öffentlichkeit verspottet und gequält. Andere halfen denen, die so leiden mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und ihr habt es sogar mit Freuden ertragen, wenn man euch euer Hab und Gut wegnahm. Denn ihr wisst, dass ihr durch Christus etwas viel Besseres besitzt, einen bleibenden Wert. Werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Denn das steht fest. Schon bald wird der kommen, der angekündigt ist. Er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nur wer mir, Gott vertraut, wird leben. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich keinen Gefallen finden. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Die ersten Christen haben um Jesu Willen schwere Verfolgungen und großes Leid auf sich genommen. Nur mit der Kraft des Glaubens konnten sie stark sein. Nun bestand die Gefahr, vom Glauben abzurücken. Die Erinnerung an frühere Zeiten soll ihnen helfen, ihren Glaubensmut und die Standhaftigkeit zu stärken. Woher kam diese Entmutigung? Vielleicht hatten sie mit einem schnellen, wiederkommenden von Jesus gerechnet. Stattdessen gab es Verfolgung, Gegner des Glaubens, Widerstände. Da steht die Gemeinschaft der Christen in der Gefahr, sich von Jesus zu lösen. Das Ziel ist nicht mehr deutlich. Sie wussten von dem höheren und bleibenden Wert der himmlischen Güter. Aus dieser Erfahrung kommt die Mahnung des Vertrauens, das Vertrauen nicht wegzuwerfen und die Erinnerung an die großen Verheißungen Gottes, die ihnen zugesprochen werden, die um Jesu Willen leiden. Gott wird die Treue belohnen. Und wie ist das bei uns heute? Es geht schnell, dass wir unser Vertrauen verlieren. Die Stimme des Versuchers raunt uns ins Ohr. Gib es auf, Vertrauen lohnt sich nicht. Aber das Vertrauen gehört nicht auf den Müll. Die Ermutigung, unseren Glauben nicht wegzuwerfen, gilt heute allen, die müde geworden sind in der Nachfolge. Christ sein ist eine große Sache. Wir haben einen großen Herrn, der uns in Johannes 10, Vers 28 zugesagt hat, Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Wegen unseres Glaubens werden wir in Europa nicht verfolgt, Aber großes und schweres Leid kennen viele. Wir dürfen mit der Treue Gottes rechnen, auch und gerade in der jetzigen Corona-Krise. Eine Krise muss durchstanden werden. Vor dunklen Tälern werden wir nicht bewahrt, Aber in dunklen Tälern bewahrt uns der dreieinige Gott. Habt Vertrauen zu Gott, er ist treu. Es gibt nichts Besseres, als sich ganz auf ihn zu verlassen. Wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringt, wie alles weitergeht. Aber wir wissen, dass wenn wir auf unseren Herrn vertrauen, Wir eine große Belohnung empfangen. Gottes Segen sei mit uns allen und er beschütze und bewahre uns Und helfe uns, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen. Amen